hallo moin zum heutigen daily mal wieder mit einem replay cast der eingeschickt wurde und zwar vom guten alten trom trom den finden wir auch oben links in rot als terraner hier am start unter dem namen sakata tritt er an und sein gegner auch ein bekannter aus der na nicht aus der replay liga aber aus dem replay liga casting team sagen wir mal als protos unten rechts in blau mit einem nicht näher zu erläutern den namen sentry und der fängt ja an mit einem blog hier oben schön wie powerwall wie man das halt so kennt und sein doppel worker rest von dem ich im cast auch schon das ein oder andere mal gehört habe da bin ich gespannt was dabei rauskommt denn ich nervi auch gerne mit einer prob aber zwei sind natürlich doppelt so nervig it is what it is okay direkt unterbrochen das ganze das natürlich schon ordentlicher die leider hier reinkommt ein worker wird drauf geschickt damit weiter gebaut wird ein zweiter wird auf zwei worker geschickt das natürlich wild oder hatte das gesehen leute habt ihr das gesehen da hat wohl jemand statt reparieren angreifen geklickt und seinen eigenen es wie zerstört das kann ja wohl nicht wahr sein die uhrke von sentry kurz raus da kommt noch mal ein lachen dazu weil ja schon witzig jetzt geht es nur aus der eine probe hat noch nicht so viel bock hat erst mal auf gebäude gehauen und jetzt wird ihr weiter umgelötet die barracks wird hoffentlich jetzt gleich fertig hier noch mal gerade gerettet in den baumodus aber da kommt der zweite worker gerade noch so weg ja 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 okay da ist er erst mal safe wird aber nicht repariert die worker gehen einfach dran und killen ihn auch noch sentry hier mit dem worker investment auf jeden fall am start mittlerweile mit vier workern vorsprung und da kommt der recall weil er natürlich weiß alles klar da kommt gleich irgendwas raus und deswegen ist das ding hier ganz ganz smart die beiden rauszuholen kommt sowieso nicht mehr durch die depots durch reaper ist jetzt draußen factory wird gesetzt bei tomtrom auf der anderen seite haben wir den reaper warlof hier eine zweite ein zweites gateway ist da denn nexus steht da ist auf jeden fall gesetzt und ein kleines supply block bei sentry haben wir da ein bisschen zu viel worker harassment betrieben kann ja wohl nicht wahr sein aber ist auch schon ein adept unterwegs der natürlich hier gleich gegen den reaper sein ding machen soll da fehlt jetzt kommt das focus fire durch der adept hat noch nicht so richtig bock mitzumachen jetzt kriegt er langsam die aufmerksamkeit und rennt aber erst mal wild durch die gegend okay da sollte der reaper noch gut rauskommen ein schuss ab nach hause in der zwischenzeit tromtrom ja hatten tech lab an der factory hat den starport unterwegs hat auch schon bunker gebaut falls da irgendein pusher oder sowas kommt gehen wir den reaper gleich noch mal rein der nexus gleich fertig das kann er dann auch scouten zwei debts die gehen direkt dran vorbei hatte also er geht aber trotzdem raus ihnen interessiert das gar nicht die adept schaden aber nach vorne der reaper so ja gar kein ding dann bleibe ich hinter dem menu line stehen mache nichts das ist ja auch eine schöne sache die beiden adept sind unterwegs der nächste adept geht auch schon runter und er kriegt ein worker nein er kriegt die nicht und er geht down da hätte man noch mehr draus machen können glaube ich hier haben wir ja swap für vermutlich benji vielleicht auch raven das ist natürlich die zweite option die frage ist welchen push will er machen es ist ein raven raven und fusion core was hat er vor also wenn er also klar observer vernichten ist nice aber will man da nicht die die ressourcen hier einfach sparen um den bell cruiser direkt direkt von wegen direkt battle cruiser passt ja alles von der bild oder was habe ich gesagt trom troms bild oder einfach perfekt die geht ja einfach komplett durch und auf jeden fall auch schon das gas für die nächste runde am start der raven geht direkt zum harassment während ein worker noch hier steht die work account ist schon ist schon für century sehr sehr gut muss man sagen mit 38 gegen 22 damit kann man arbeiten als brothers das gefällt aber das wird auch schwierig mit harassment reinzuholen sein aber immerhin ist ein dark schwen unterwegs und ein raven ist da zumindest in der theorie sondern auch in der praxis aber die frage ist bringt ist traum traum etwas wenn der raven hier ist und die dt ist eventuell auf der anderen seite das ist vielleicht dann die theorie die dazu kommt das harassment hier kostet einen worker hat nicht ganz die 16 wörter von eben rückstand ausgeglichen wir sind mittlerweile bei 19 und barracks kommt erster battlecruiser ist gleich fertig der zweite schon gecut terren makro wichtige sache immer schön queuen denn sind die mineralien weg jetzt wird rüber teleportet direkt auf die base wir sehen nur adapts wir sehen drei gateways gerade kommen aber wir haben noch gar keine anti air das ist schwierig da kommen zwei stalker aber zwei stalker gegen battlecruiser ich weiß ja nicht das wird nicht ausreichen da geht es aber drauf hat er sieben kills jetzt schießt er aber warum auch immer darauf die twilight werden die nächste base nimmt und hier drüben ein dt drin ist der er sagt help und keine help da und jetzt gibt es schöner sie wie gesagt schon probe kills es ist ja der pro dass er hier verliert wer auch sonst der rana op würde ich sagen und der zweite battlecruiser ist gleich fertig der eine hier sieht noch recht angreifbar aus wenn noch ein robben cycle kommt zum beispiel fünf stalker ja sind eine möglichkeit der jump ist auch noch nicht fertig da muss auf jeden fall noch mal weg fliegen und dann vielleicht unten rechts in die ecke und den zwei battlecruiser drauf dann sieht es schon wieder anders aus genauso ist es trom trom hier mit den moves wird auf jeden fall rauf gehen auf die stalker weil mit zweien kann man es auf jeden fall auch tun zwei battlecruiser hier schon eine sehr sehr große übermacht die worker kommen noch mit dazu wollen kurz die schüsse tanken vielleicht aber die stalker laufen dann aber weg und jetzt kommt ihr das focus fire schön auf die low hp stalker auf der anderen seite passiert gar nichts und die battlecruiser die regieren das hier einfach oder eine könnte jumpen könnte jumpen wird aber nicht gejumped aber er verliert einfach alles doch kann was was willst du tun sind auch keine weiteren da kommt ein stalker aber er hat kein blink und er ist reingebobbt an der stelle wo er nicht rauskommt was ist da los sentry die fehler sind zu groß da ist der stalker gericult worden auch eine möglichkeit sehen ja das nächste gateway die gateways an sich werden hier das problem haben dass sie wahrscheinlich gar nicht gepowert werden wir haben zwei stalker noch übrig einer schon wieder rausgenommen der nächste pylon wird fertig aber wird nicht genutzt die nächsten worker werden fallen der nächste battlecruiser ist auch in kürze fertig und wir sehen den counterattack jede menge sind auf dem weg rüber aber was bringt es was bringt es der battlecruiser hier hat schon wieder ein recall also wie kein jump wie auch immer tactical jump heißt es glaube ich offiziell damit kann man ja schon mal arbeiten wenn es darum geht nach hause zu kommen und jetzt geht es hier einfach nur auf die pylons und der battlecruiser springt rüber auf den anderen drauf der andere springt zurück nach hause oder näher springt wo ist er denn hin ich habe nicht gesehen wohin ist er ist einfach nur rausgesprungen okay nevermind das ist natürlich jetzt schlecht beziehungsweise gut für sentry denn der könnte mir den apps tut mir einfach angreifen und ich bin mir nicht sicher aber die marines sollen die high ground vision einfach haben ich glaube nicht dass er da wirklich unbeschadet sachen machen kann ich glaube traum traum hat ja auch ein bisschen viel angst um seine battlecruiser ich glaube da könnte noch was machen auch schön mule repair warum auch nicht work account mittlerweile ausgeglichen 19 18 das ist schon mal ganz nice für traum traum wieder also das wird nichts mehr sentry das kannst du knicken jetzt versucht das drüben da sind aber wie gesagt ja der bunker hat die range sobald du high ground vision hast stehst du halt im bunker da wird repariert was das zeug hält und selbst wenn ich die drei debts die zwei debts der eine debt das wäre easy peasy zu handeln tactical jump auch jetzt verfügbar also die möglichkeit zurückzugehen im zweifel wenn es nötig ist ist da und es kommt das gg well played der sieger heißt traum traum